So muss sich ein Langarm-Shirt anfühlen. Das New Balance Ice Long Sleeve ist einfach der Hammer. Leicht weich und super schick. Wenn du mal ohne Jacke auf deine Laufstrecke willst oder beim Fitnesstraining etwas mehr Stoff magst, das Shirt sorgt dafür, dass du dich bei deinem Sport immer wohlfühlst. Das liegt zum einen an dem atmungsaktiven Stoff und den Mesh-Einsätzen, die dich zusätzlich belüften. Dank des luftigen Materials wird der Tragekomfort auch bei intensiven Einheiten nicht gemindert. Sehr schön integriert ist der Schlitz im Rückenbereich, der optisch was hermacht und die Luftzirkulation noch abrundet. Beim Material überzeugt mich persönlich aber auch der sehr feine und weiche Griff. Der Stoff liegt unheimlich leicht und angenehm auf der Haut. Außerdem ist er sehr elastisch, so wird die Bewegungsfreiheit und das bequeme Gefühl noch erhöht. Mir persönlich gefällt die knallige, fröhliche Farbe und der schöne Schnitt. Hinten ist es etwas länger gehalten und die Ärmel haben die perfekte Länge mit Daumenschlaufen für noch mehr Komfort. Wenn du das Ice Long Sleeve von New Balance auch haben möchtest, dann kannst du es ganz einfach über deine Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop bekommen unter www.runnerspoint.com.